Hallihallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute zusammen The Occupation an. Ist ein Spiel vom Humblebumble, haben wir im Monatsabo bekommen. Und wir sind gespannt darauf, was uns da erwartet. Mal gucken, ob es auch deutsche Sprachausgabe gibt. Das Menü hängt ein bisschen, was den Sprachwechsel angeht. German. Untertitel klar und ab geht's. Der Kampf. Schauen wir mal auf der Steiner Pätschlein. Was in der Hölle hast du getan? Scarlett, bitte, sit down. Sit down! Do you think taking my children is going to stop me? Stop you from doing what exactly? Where did you take them? This is far more important right now. More important than- We need stability. The country needs stability and this act prevents that. Work with me and- This country needs its freedom. Michael wouldn't have agreed to this. He's the one that started this act and he did it- Michael! Is dead. This country is a far different place than it was three years ago, Scarlett. There's rioting in the streets for God's sake. We need tighter security now more than ever. People on our doorstep want to hurt us. I- I can't allow that. That's not your decision to make. The people need to know that the government is lying to them. And you can't threaten me into silence on this. You can't see this right now, but- You don't have another choice here. Charles? Open the file. Okay. A lügende Regierung. Da müssen wir doch was dagegen tun, ne? Aktiviert den Widerstand. Revolution. Laut den Fingernägel sind wir wohl die Frau. Oh. Knowing what I know now. Would I do it all again? Someone gets hurt either way, I suppose. But I did what I thought was right at the time. That's all anyone can do. Manon was terrible at remembering to the long windows. Ich wundere, ob ihr euch das alles in all diesen Ego-Shooter-Spiel realisiert habt. Gutere neuere Tepel. Sieht auch recht gut aus. Da kann man nichts sagen. Ein Wachmann, hm? Schlüsselkarte haben wir natürlich nicht. Ja, hier ist eine Schlüsselkarte. Zwar nicht unsere, aber macht nichts. Wir nehmen was wir kriegen können, ne? Keine Floppy Disks entdeckt. Die Schlüsselkarte haben alle zu restrieren. Das richtige Level der Sicherheitsschmerzen war wichtig. Keine Floppy Disks entdeckt. Hm. Ich habe wenigstens dafür die Steuerung, weil man muss alles ausführen. Aber ist ganz cool gemacht. Ich würde nicht glauben, was ich gemacht habe. Ja, ja, natürlich. Kein Problem. Ich werde in der Lobby sein, wenn Sie mich brauchen. Aber ich hatte keine Intention, dass ich in der Falle getroffen bin. Okay. Jetzt sind wir wohl schon mittendrin. In unserer Spionage-Aktion. War ja voraus zu sehen, aber... Mal schauen... Wie cool es ist. Ärztlich. Wie cool es ist? Wir schauen noch mit in die Zukunft, in die Zukunft. Wo sind wir trotzdem? Gegen Warriors efficient. Wie cool es ist? Was wissen Sie jetzt nur mit der F": Fr não werden nur mit 18 Outíveizing. Sie haben eigentlich schon mal gut. Wo werden wir hier Waterserobergen. Zum Gogh. Die Ich weiß das hier nicht. Ein Dank. Wenn ich Wasser überstehen konnte. Keine Kn 뉴스 in diesem Haus. Ja, mein Controller vibriert ein bisschen, da muss ich ganz kurz mal ausschalten. Jetzt nervt er mich den ganzen Spiel über. Hm, reiner Wertmarke, da können wir uns noch Zigaretten ziehen, testen ob es geht. Was nehmen wir denn für Wölscher? Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. und wir sehen uns wieder an. Wir sehen uns wieder. The guard patrol was quite loose at the facility, at least before all of this. They wouldn't be back any time soon. The books belonged to the library and weren't allowed to be checked out. I almost found it odd that the books we read were so highly monitored. The sounds of the bloody 60s, 70s and today. The jingle would play, you think, for months afterwards. I have to concentrate on my work. There is no music. We can definitely... ...rein krabbeln. ...their one was a careful mom. Even then. My mother was a careful mom. Even by then. Not at all. Just the time. Okay, here we go. Okay, here we go here. We can even get the penium... Oh, the platform is safe. Alles was ich brauchte, war auf dem Cartridge. Die Macht der Nation in Wands und Zeros. Ja, jetzt brauchen wir noch den Save-Code. Du hast zwei neue Messungen. Message 1. Charles, ich habe eine Frage, die Sicherheit, die du gefragt hast, und es wird dir sein, dass du etwas möchtest. Also, nicht so etwas falsch machen. Geh mir eine Anruhe, lass uns darüber sprechen, und, ja. Okay, ja, okay, bye. Okay. Message 2. Charles, es ist Michael. Meine Leute hier sind ziemlich agitiert über das ganze Alex-Aleks-Tag. Die letzte Woche haben wir gesagt, dass ihr es alles sorted habt. Ich bin nicht mit Fingern oder so, aber vielleicht sollten wir ein Meeting zum Morgen darüber sprechen. Oder, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. 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 Das Passwort ist wohl hier im Büro. Was stand da so? Ich habe den Büro probiert, aber natürlich war es geschlossen. Bowman liebte physische Schlüsse für ihre digitale Beispiele. Ich habe den Büro probiert. Ich habe den Büro probiert. Dann müssen wir uns noch ein bisschen umsehen. Ich habe den Büro probiert. Ich habe den Büro probiert. Ich habe den Büro probiert. 10 tue ich keine, aber ich höre was. Türcode 59 59 Die Silhouette server housed hundreds of files on the Union Act. Immigrant families, voting preferences, you name it. Interessant, cool gemacht. Sicherheitscode. Da steht auf jeden Fall keiner drauf. Da muss ich mal noch ein bisschen ansuchen. Da steht auf jeden Fall. Von Michael, von Michael, von Michael. Da steht auf jeden Fall. Da steht auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich etwas zu tun, mit einem der Serveren zu funktionieren. Ich bin sicher, dass es nicht zu ernst ist. Aber insofern. Ich werde versuchen, zu telefonieren. Okay. Ich liebe dich. Bye. Ich sollte... Ich wünschte... ... ... ... ... Puff 7 With one of the servers malfunctioning I'm sure it's nothing too serious Anyway, I'll try and clear that too Love you, bye End of messages So, Aufgabe erfüllt Hey, a lot of security allowance I've pitched you the location I got the location From the floor to the floor Dible Is there someone ? I'll try and see Some of you will I need to go to the floor I don't want to go to the floor I need to use this I need to do the floor Am besten in den Weg, wo ich gekommen bin. Wenn es der Eingang war, geht es da wieder raus. Oder doch nicht. Escape the building. Aber nicht übers Dach. Schade. Not in. 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 Jetzt werde ich noch gesucht. Hallo? 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 Ich glaube, wir müssen an ihm vorbei. Noch die Frage wie? I didn't want security to see me out there. they were already on edge from the server blowing I made my way downstairs on edge from the server oh distance Oh, seriously? Hello? Hallo? Hallo? Kann er sich mal für eine Richtung entscheiden? Oh, Mrs. Carson, das ist du. Ich habe noch nicht gedacht, dass du hier noch sein soll. Ich werde dich in das System verabschieden. Ich bin sicher, dass du verstehst. Du musst nicht glauben, Mrs. Carson. Wir haben auf jeden Fall ganz gut gemacht. Sieht gut aus, leicht gut steuern, obwohl es ein bisschen sehr langsam ist. Aber es ist wahrscheinlich so ein Schleichagentenspiel. Ich würde mich auf jeden Fall anschauen. Ich würde mich darum sagen, dass ich meinen Tag nicht so viele Menschen bin. Äh, wenn ich euch so, schнеcht. Ich habe mich dasselge, dasselgeist ist. Na gut, weiter dem Schlauchlevel. Der Weg nach Hause hilft mir meistens zu klären, nach einem Tag zu arbeiten. Ich wusste, es war anders. Ich dachte über Michael, dass er mich auf Hause beiget hat. Ich hatte so viel zu sprechen. Der Präunion-Akt war die Stadt entfernt. Es wäre nicht lange, bevor das ganze Land riotte. At the time, I didn't feel like I could make a change. I didn't have a voice. Hey, how are you? How are you doing? My best guess. Speak to you later. The only way to stop the act from happening was to do something more radical. Something... You know... I wonder what he would have thought of me. I'll see more than you ever know. Was cool, dass man das so benutzen kann. He wasn't supposed to be... I didn't know... If I knew I was going to lose Michael, I... I'm so sorry, Michael. I just didn't know. That's why we're doing this. You want to see or not? Hm, it's not something we like. That's why you're all doing this. Not a great deal can be said in favour of the past two government's policies when referring to the UK's outlook on foreign relations. For a second time, the public opinion poll has shown dissatisfaction. And dare I say it, contempt. For the way that the PM has handled the countries of their own way. More money going out, less money going out. Oh, oh. Anyhow, what's going on? Just shoot. There, that wasn't even wÊ we made at the last batch. Let's see what we can do next time. You who can take action. Let's go ahead and finish this time. There was, that would be again originally occasionally. In B.C., was soll das denn statt sein? So sorry for your loss. A toast to the man and the memory. I imagine you'll need to take some personal time. That's fine. Just take what you need. I'll handle everything on my end. I know you and I see differently on a few things. This is a time for solidarity, not turmoil. Perhaps we can finally work together. Deal with things head on. Nobody could have seen this coming. You mustn't blame yourself. He he he. Hmm. Und jetzt? Sechs Monate später. Mal wieder abends. Harvey Miller, do you ever answer your phone? I've finished editing the introduction to the Bowman Carson piece you sent me. It's good, but I think we can do better. Alex Dubois has claimed that he wasn't at the facility the time that they say he set off the explosion. He also says the phone records from the night prove it. I don't know. Apparently Detective Holden has them. Anyway, your first meeting is tomorrow. Find out everything you can. The phone records are a good start, but I have a feeling there's a bigger story here. Anyway, get some sleep and I'll be in touch tomorrow. Okay, it's another one this. Okay, it's another one this. Okay, so maybe we can go on this. Ich glaube wir sind ein Detektiv. Ja, wir sind ein Detektiv. Okay, also spielen wir wahrscheinlich die neue Agentin und Sabiteurin und den Detektiv, der das herausfindet. Interessant. Ja. Okay, gibt's nix. So, man da. Okay. You have one new message. Message one. Harvey Miller, do you ever answer your phone? I've finished editing the introduction to the Bowman Carson piece you sent me. It's good, but I think we can do better. Oh yeah. I'm going to get some sleep, and I'll be in touch. I'll be in touch. I'll be in touch. I'll be in touch. It's good, and my dear Bokhtun. So, think what is your mind. Okay, I'm going to have a bad word. I have a bad habit in my mind... I've got something I was trying to catch you because it's Mark Rudolph. Ein Rezept, was man einkaufen muss. Okay. Da können wir auch nichts mitmachen. Gut, auf jeden Fall verrate ich jetzt nicht noch mehr. Occupation, ein Spitzenspiel. Ist auch nicht teuer. Wer auf sowas steht, ist bestimmt eine spannende Story. Für 30 Euro, denke ich, ist voll bestimmt anmessen. Sieht super aus. Sparausgabe ist top. Was will man mehr? In diesem Sinne macht's gut. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.